auf jeden fall herzlich willkommen zu ramein legends meine freunde wir waren hier stehen geblieben und gehen jetzt mal hier ins schattenspieler rein ich denke mal das level ist nicht so lang deswegen kann man jetzt hier reingehen und ich denke mal es hat irgendwas mit schattenspiele auf sich und es leckt bisschen und ja egal auf jeden fall um zu sprinten muss man jetzt hier drücken ok lol 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 what the fuck was muss man jetzt machen mit den müssen wir ihn schlagen ich glaube schon oder alles klar ich glaube wir müssen ihn schlagen oder so auf jeden fall wir haben schon den ersten kleinlingen gerettet das ist cool scheiße das war schlecht so komm na ja wir haben verkackt denke ich mal wir haben verkackt genau besser hätte es nicht sein sollen hätte hätte es nicht sein können meine ich kacke man leck mich du wichsel so komm wir gehen schneller zu dir komm brudy bumm du wichsel ah dann ist kich nicht hin alter what the fuck warum auch immer ach so mum soll es so machen das war schlecht wie ist das hier gemacht das ist schon ein bisschen schwierig gemacht hier ne wir müssen auf jeden fall den hinkriegen äh den versuchen zu bekommen und so schnell wie möglich äh hinterher gehen ach man 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 ich krieg's nicht ich krieg's nicht hin ey ich krieg's einfach nicht hin ich krieg's einfach nicht gebacken denk ich mal ok nein ich will dich retten nein 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 ich will dich retten und diese kleinen lums hier auch natürlich diese lums sind immer wichtig einfach aus dem grund dass sie wichtig sind und ja genau so genau jetzt immer richtig ja jetzt immer richtig hier da ist immer ok jetzt da waren wir noch gar nicht ne weil wir es ja verkackt haben mich ich bin zu blöd um das spiel zu spielen oh oh wie abgefuckt ist denn das bitte ok jetzt müssen wir warte mal den können wir jetzt verprügeln bam du wichsel soll der mist ok das war das spiel level schon so abgefuckt schwer war es jetzt alle wieder nett finde ich und wir haben glücklos bekommen brauchen wir auf jeden fall für die ganzen level um die levels freizuschalten richtig nice auf jeden fall so dichten des dickicht heißt dieses level nicht dieses level also diese welt heißt dichten des dickicht bla 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 und ja was ist das denn augen zu und durch das mache ich auch immer das macht mir ja spaß aber jetzt haben wir sie nicht wirklich lang das glaube ich jetzt ein normales level oder oder war das ne ist mein normales level ne ich denke schon müssen wir auf jeden fall hier besser aufpassen weil hier können überall welches sein ja hier ist ja schon einer bam wir haben den natürlich geholfen keinem ding brudi auf jeden fall habe ich auch dkc tropical freeze schon längst aufgenommen und deswegen ich denke mal ich muss jetzt erstmal ein bisschen wayman legends mehr aufnehmen dass ich mich hauptsächlich auf äh tropical freeze konzentrieren kann und das ist eigentlich bald äh zu Ende des wayman legends weil es gibt ja nur noch die origins level und die sind nicht wirklich lang und auch nicht wirklich schwierig und so weiter weil man sie auch schon kennt und da oben ist doch was da ist doch schon was da ist doch bestimmt eine tür okay ja wusste ich's doch da mal sehen wir doch auch einen einen schönen typen jetzt müssen wir die ganzen hier dinger kaputt machen bam den muss ich ja nicht mehr kaputt machen okay geschafft den ersten transenkönig geschafft gekriegt das war der erste ne ja passt schon so da oben ist doch einer den sehen wir wollen wir natürlich retten genau so und gibt's hier noch was unten oder ne ich denke da gibt's nichts mehr oben oder hier unten bam hier ist aber schon was oder na da oben ist aber was oder oder ne ich denke nicht mehr alles klar das geht einfach ganz normal weiter da haben wir hier bis jetzt erstmal schon alles mehr können wir jetzt hier erstmal nicht holen und da ist doch was ne da ist ah nix da ist ah nix besonderes bam alter auf jeden Fall die ganzen Lumps hier sammeln das ist cool hier ist bestimmt einer oder? ne hier oben ne ok ok dann geht's weiter mit dem Metroid das ist auch richtig geil hier ich muss auf jeden Fall auch mal Metroid let's play es gibt so geile Spiele die ich einfach nur machen will und da oben ist doch was gewesen oder? ne ich denke nicht da oben da ist im Wasser was ne da kann nix sein ok wir haben uns auf jeden Fall erstmal sicher gegangen sind wir wir sind uns auf jeden Fall sicher gegangen da gibt's ah nix denke ich ach ja oder gibt's hier was? doch da gibt's ne da gibt's nix wie die lachen alter da ist aber einer gewesen wie gemein aber so gemein war der jetzt ah nicht versteckt finde ich bam bam weg mit dir wir helfen gerne ok da gibt's ah nix mehr da geht's weiter mit dem Metroid Türen das ist richtig nice auf jeden Fall gibt's hier was? ne ich denke nicht und da oben oder oben könnte was sein ne ist aber nicht da ist aber einer denen helfen wir natürlich auch in Not helfen wir mal ist ja auch klar bam bam ok Brudis ihr wisst Bescheid ähm hier könnte bestimmt was ne ist aber nicht denk ich bam geilen Herz da ist ah nix alter leckt mich am Arnuss da oben ist aber was das seh ich von hier schon oh da ist aber nur ein Typ ich dachte hier wäre vielleicht jetzt so ne Tür aber naja jetzt auch was ne was schönes da ist auf jeden Fall ein Kleinling gewesen ok aufpassen hier aufpassen 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 auf jeden Fall aufpassen und hier oben ist ah wieder nix das heißt es geht wieder weiter durch diese Metroid Tür und das sag ich zum 30. Mal aber naja das sind ja auch Metroid Türen ich find's hier einfach noch geil ne diese Tür ist jetzt weg komm da ist nochmal Lums drin das ist ne schöne Lums drin schön schön Okay tell dieser kleinen lila eine Nacht Fall doch wo muss ich den langen ich glaube mal links muss sie nicht Lange aber da bringt mir was ich denke da ist ne Tür eine Tür oder links ist nicht du rechts ist natürlich gewesen schauen wir uns auf vier form an da kommen wir es stimmt die was war rechts hoch okay so ganz normal hoch alles klar da ist aber nix nix bedürftiges wie ein harz 4 penner und die wird deine schäle zähle seine kele wird zwischen zerschnitten wie ein türkisches rasiermesser von sports der killer miller auf der world wurde ich da rechts geht es bestimmt lang das ist asozial gewesen das war asozial aha jetzt mit diesem mosquito wieder die school war richtig cool der brudis aufpassen auf jeden fall hier wie muss ich da vorgehen genauso schnell wie möglich das ist so geil leider in echt parodius muss ich echt mal zugeben parodius war ein richtig geiles spiel da ist das ende des ziels jetzt muss ich jetzt mal die ganzen besiegen okay hey ich muss sie besiegen du arsch mal weg mit dir mann was sie so warm geile martin die den zweiten könig besiege holt und jetzt gibt es auch glaube ich nur noch einen kleinen link die wir holen müssen das ist immer der nee zwei gibt es noch alles klar gibt es hier noch was oben ich denke nicht da gibt es noch irgendwo eine passage denke ich mal aber hier da sind wir den kleinling doch komm wir holen dich hoch komm wir helfen dir komm baby ja wir haben ihm geholfen schon und immer am schluss kommt immer der letzte dann das heißt den letzten müssen wir gar nicht suchen das heißt wir haben alle gefunden der letzte ist immer so ich weiß nicht wieso das einfach so ist es ist einfach so und ja wir haben ihn gerettet kein problem und jetzt haben wir auch noch gold bekommen das bin ich mir sicher weil 600 ist immer gold es ist immer gold denn weiter geht's mit schattenspiele haben wir schon gemacht und dieses level hier ich weiß nicht wieso die levels nicht so lang sind ich trinke auch noch ein bisschen tee deswegen verzeiht mir wenn ihr was hört naja komm gehen wir ins fluss dann gibt es noch auf jeden fall noch zwei level naja gehen wir mal hier rein äußert sich glaube ich eher mit dem musiklevel also das ist durch den musiklevel eher geprägt worden das war mit letztes weil es gab ja noch nie sowas wie ein musiklevel oder gab es in origins auch sowas ich weiß es nicht könnte sein aber ich denke nicht und jetzt schön schön darunter schön ach schön ach ne ich denke da oben ist bestimmt noch was und ne geht er hoch geht er hoch mein kleines sonnenblümchen ach ja ok da ist bestimmt meiner ne schade gärtner habe ich freigeschalten ok gibt es hier noch was oder ne ich will dieses ich will diesen herz haben naja haben wir es halt nicht bekommen haben wir noch kein kleingling gerettet aber naja ich denke da es kommt noch einer ah das ist das ist auch was oder keine ahnung ok auf jeden fall aufpassen hier ich weiß da ist ein kleinling im käfig eingesperrt da ist einer wie komme ich an den ran achso für einen mauerlauf alles klar muss hier einen mauerlauf sogar noch durchführen das war der erste wer war denn der zweite verstehe ich nicht ich glaube der andere war der zweite obwohl es macht keinen Sinn ne macht wirklich keinen Sinn Bruder macht das Sinn scheiße man du Wichser den haben wir jetzt so nicht gerettet einfach weil es nicht gespeichert wird und das ist der zweite warum auch immer das der zweite ist das macht keinen Sinn aber naja ok egal dann haben wir jetzt beide gerettet das passt schon die brauchen wir jetzt nicht wirklich aber das machen wir trotzdem einfach so aus dem Sinn und da ist schon einer och ja ich wusste es doch und da unten ist auch einer das sehen wir doch so wo ist denn der König den haben wir auch noch nicht gesehen was soll denn das du direkt Pisa du jetzt schon wieder von vorne man die ganzen vier Kleinlinge müssen holen und dann wieder zurückholen ey drauf habe keine Bock ey jetzt im Speed One hier komm ach ja war auf jeden Fall nicht ein extraherz sonst verkacken wir da ist was das sind vier Stück man einem einen in einem abschnitt meine Güte bam wichse alter ok alles klar wir müssen nicht auf jeden Fall hier so weiter bam und du machst es mal keine Fitnessübung hier ok hast du mich verstanden hast du mich verstanden nur Rudolf Kind ne Rudolf ist hier ok ähm da unten ist doch was da sehen wir es doch da war die Tür die erste Tür denke ich mal und da links ist auch einer bam bist doch schwul ey boah die stinken so sehr dass sie äh lila äh Sachen absorbieren man wie soll ach so ja ist klar Alter komm jetzt genau jetzt haben wir ihn befreit bam den ersten König hoffentlich ich glaube schon dass es der erste König ist denn wo sollte der zweite sein ach gut jetzt rück der erste aber wir müssen hier runter der Wald da ist ein Typ den wir retten wollen gut dann gibt es noch drei kleinen Dinge zwei eher einen davon muss man zwei davon muss man suchen da ist doch ne da ist nichts ok bam da unten ist aber was oder wusste ich es doch man wie abgefuckt aber es ist nur ein Kleinling ne ich wusste doch im Wässern ist immer was im Wasser ist immer was genauso wie bei Tropical Freeze ist es immer so da haben die Spiele sich abgeguckt denke ich mal aber die sind beide gute Spiele ich finde Tropical Freeze ist bis jetzt gut also ich kann dazu nichts mehr sagen also ich kann nichts schlechtes darüber sagen zum Glück ist es ja zum Glück ist es ja ein Voraus aufgenommen das ist jetzt Play ey das ist hier nicht so ein Voraus aufgenommen das ist Let's Play dann kann ich da überhaupt durch ich denke da ist bestimmt was Mann da unten ist aber bestimmt was da ist einer aha da unten ist was aha oh Mann wie gemein aber naja wir haben den zweiten König jetzt und den zweiten König jetzt so gesehen okay wie komme ich da hoch das ist das ist jetzt schwieriger das ist jetzt eher nee so kommen wir hoch okay ja jetzt kommen wir hier hoch genau und das geht jetzt auch auf und dann kannst du da hoch genau das müsste eigentlich höher gestellt werden deswegen wir haben schon wieder bald 600 Lums cool Mann wir haben ein extra ja komm nice okay du wirst alle was zu tun ist scheiße Mann leck mich du homo sag du ich brauch auf jeden Fall jetzt hier so ein trampolin auch schön weg mit dir alter so ich denke mal der letzte kleinlinge ist wieder vom ende wie es immer der fall war müssen immer retten und dann hat man das level immer hinter sich okay brudis komm geht rein bam jetzt haben wir alle kleinlinge gerettet weiß nicht ich hätte irgendwie Lust noch auf ein level wollen wir das noch machen oder wäre das irgendwie scheiße ich weiß nicht ob da noch einen post gibt oder sowas ich glaub nicht oder er kommt erst danach oder so es gibt auf jeden Fall wieder ein mosquito level aha auf jeden Fall wir spielen jetzt das mal als anderen weiter oder nee wir spielen das mal mit Raymanch weiter und dann im nächsten Part machen wir als anderen weiter als Globox oder so ich hab euch ja versprochen immer wieder mit Globox zu spielen und jetzt kann man Mosquito also mal was mit Mosquito spielen und bam nice es geht weiter äh macht diese Dinge weg genau und jetzt wieder Mosquito auch ja Mosquito wie geil ist denn das bitte ich liebe dieses Level ich liebe solche Level wie solche Sachen wie kann man so einen Spieler eigentlich nennen Mosquito so bam nee dich will ich retten Freund ich will dich retten Freund das sind drei Könige hier nee da kann man gar nicht rein da muss man hier so ganz machen und oh das sind ja Mücken Moskitos Mücken Mücken ach ich liebe dich zu ficken ne liebe ich nicht so Brudis geil man ok was soll ich dazu sagen zu diesem Level ich kann nix machen ich kann nix machen auf jeden Fall noch ein Kleinling sollte kommen und mein Ding tut weh alter oh wir waren fast gestorben schon wieder ok jetzt gibt es noch einen und der das ist das Ende der Kleinling zeigt das Ende an oh jetzt geht es hier weiter im Background so gesehen oh jetzt ist es schwarz-weiß ein bisschen das ist Neues doch nichts Neues ist die Farbe von dem Spiel ausgegangen nee ist es nicht ja man sieht die Farbe ist so spitzenmäßig ok ich kann nichts zu kommentieren weil das kann man nicht das Level ist irgendwie nicht unbedingt schwierig vor allem nicht mit äh mit den äh was soll ich sagen vor allem mit dem ganzen Herzen die man bekommt das ist ja nicht so schwer und es tut eigentlich nur auf den Daumen weh oh das ist jetzt so weh das tut wirklich weh Freunde und scheiße was soll denn das du Pisser man pass auf was du wachst du Pisser ok ich drück denke ich mal nix mehr erstmal ok ok jetzt soll der letzten soll das Level nicht mehr zu Ende sein und es ist zu Ende bitte oh wie gehen wir da vorne hin auch schön da ist der noch langsam kommt es endet oh ja ist klar spinnt ihr oder was alter what the fuck komm verpisst euch verpisst euch ich will mit euch nichts zu tun haben ja ist klar geh weg ok nur weg du Wichser ah da ist das Ziel ach schön bam bam ok da ist der König der letzte und wir trinken erstmal schönen Tee komm wir können es beschleunigen wieder ein glückslos und schade wir waren kurz vor der 300 naja was willst du machen dich denn das dickicht ok das letzte äh das nächste Level ist dann ein ganz normales oder wieder ein 3er ich glaub das ist eher so ein Boss Level dann im Boss Level machen wir den nächsten Part einfach ich denk mal das ist ganz logisch und bevor ich's vergesse wir gehen erstmal im nächsten Part gehen wir als Control Box hier hin ok auf jeden Fall haut rein ciao ciao Vielen Dank.